Hey Jack, was machst du da? Hey, ich warte hier. Auf was wartest du? Ja, ich warte darauf, dass du das Licht anmachst. Dass ich das Licht anmache? Wieso denn das? Ja, es ist so dunkel hier. Das ist doch gar nicht dunkel hier. Guck mal, ich hab hier zwei Lampen, man. Und draußen ist es auch noch hell. Nee, es ist total dunkel hier. Ich seh gar nichts. Warte mal, warte mal. Du hast die Mütze gar nicht richtig auf. Wie? Ja, guck mal. Warte mal. Es ist ja doch ganz hell. Siehst du? Wie kommt das? Naja, du hattest die Mütze vor den Augen. Die rutscht wieder ein bisschen runter. Und deswegen war alles so dunkel? Es war nicht Nacht. Es war nicht Nacht. Oh nein. Oh ja. Nicht so gut. Danke. Bitte sehr. Und jetzt geht es weiter mit Abraham? Jetzt geht es weiter mit Abraham. Obwohl, wir sind fast am Ende der Geschichte von Abraham. Wie fast am Ende? Naja, es gab eine ganz dunkle Zeit in Abrahams Leben. Wie, ganz dunkle Zeit? War es auch Nacht? Nee, es war nicht Nacht. Aber es war eine sehr schwere Zeit. Etwas ganz Dummes war passiert. Etwas, was niemand mag. Hatte er nicht Zeit zu essen? Nein, das nicht. Hatte er kein Spielzeug mehr? Ach komm, Abraham war erwachsen. Der hat doch kein Spielzeug mehr gehabt. Was war denn dann passiert? Ach, weißt du, die Frau von Abraham ist gestorben. Die Sarai. Oh, und nein. Mhm. Die Sarai ist gestorben und Abraham, der hat seine Frau sehr geliebt. Wie? Ja. Ja, das ist gut. Aber was hat er denn gemacht? Naja, dann musste er sie ja beerdigen. Ach so. Dann hat er dann ein Loch in die Erde gegraben und sie dann da reingetan. Nein. Nein, das machen wir doch immer. Nee, das war damals ganz anders als bei uns heute. Weißt du, damals hat man keine Löcher in die Erde gegraben. Damals hat man, wenn man reich war, also die Armen haben vielleicht noch Löcher in die Erde gegraben und dann die Toten dort begraben. Aber die Reichen, und wer es konnte, die haben Höhlen gehabt. Wie Höhlen? Da konnte man spielen? Nein, das waren keine Höhlen zum Spielen. Auch nicht zum Klettern? Nein, auch nicht zum Klettern. Aber die haben Höhlen gehabt, wo sie dann die Toten hereingelegt haben. Wie denn das? In die Höhle und nicht die Erde. Mhm. Das war damals so. In die Höhle haben sie die Leute reingelegt, die gestorben sind. Und wenn man so eine Höhle haben musste, muss man erstmal überhaupt eine Höhle finden. Ah. Ja, und weißt du, Abraham, der hat ja noch kein Land gehabt. Stimmt. Der war ja in Zelten unterwegs und hin und her und hatte noch kein Zuhause. Mhm. Der hatte kein Zuhause, so wie wir es haben. Wo hat er sie dann begraben? Er hat sie nicht begraben. In welche Höhle hat er sie gelegt? Ja, das war die gute Frage, ne? Der Abraham, der hat nämlich eine Höhle gesucht und auch eine gefunden. Aber, hi, Ara. Ja, aber. Was ist denn passiert? Lass mich doch rausreden. Ja, guck, noch nicht so stand. Okay. Die Höhle gehörte jemandem. Wie? Da war schon ein Toter drin? Nein. Vielleicht ja, oder nicht. Aber die Höhle hatte einer gekauft und die konnte Abraham ja nicht nehmen. Die gehörte jetzt jemandem. Oh nein. Mhm. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er gesagt, wisst ihr, Leute, oder ich habe den Namen vergessen, von wem die Höhle gehörte. Aber das steht in der Bibel drin, das könnt ihr nachlesen. Du hast ja gist auch immer wieder was. Ja, tut mir leid. Aber er hat gesagt, ne? Der Mann, dem die Höhle gehört, der hat gesagt, Abraham, wir sind so gute Freunde, ja? Du bist hier nicht einfach nur ein Fremder bei uns. Du darfst die Höhle haben. Komm, ich schenke sie dir. Und dann hat Abraham die Höhle genommen. Nein. Abraham hat gesagt, nein, ich kann nicht, ich kann das nicht annehmen. Ich muss sie kaufen. Wie, ja, ich muss sie kaufen. Na ja, das war ja, wenn er jetzt eine Höhle geschenkt bekommt, könnte er ja der Mann oder die Kinder von dem Mann, wenn der Mann später gestorben ist. Sie könnte ja sagen, na, die Höhle hat unseren Papa gehört und wir wollen die jetzt zurückhaben. Das soll jetzt die Grabhöhle für uns sein. Oh, okay. Und da hat Abraham sich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Ich möchte, wenn ich meine Frau begrabe oder beerdige, ja? Ja, dann möchte ich sie wirklich da lassen. Ich möchte nicht, dass ihre Knochen später nochmal von anderen Leuten weggebracht werden. Nee, das möchte ich auch nicht. Denn wenn jemand grasen wird, den ich kenne, dann ist es doch gut, wenn das Graf immer da ist, wo es ist. Und damit ich es immer wieder finde. Weißt du, meine Oma, die ist vor 15 Jahren gestorben und die liegt hier in Detmold auf dem Friedhof. Oder war es halt in Ullendorf? Ich weiß gar nicht, wohin der gehört. Aber es ist ein ganz bestimmter Friedhof, wo sie liegt, ja. Und da ist es ein ganz bestimmtes Grab, was sie hat. Und da kann ich immer hingehen. Und dann, wenn ich an sie denken möchte. Aha. Und das wollte ja Abraham auch. Richtig. Gut. Und er hat gesagt, komm, ich kaufe dir die Höhle ab. Ja, und der andere Mann sagte, nee, komm, die Höhle, die kostet 500 Silberstücke. Oh, das ist ja viel. Das ist viel Geld. So eine Höhle, die hat man ja nicht nur ein paar Jahre gehabt, sondern lange. Die haben die Leute gekauft, nicht nur damit sie da begraben werden, sondern auch ihre Kinder und deren Kinder. Ach ja, so viele? Mhm, so Höhlen, die wurden vererbt. Die gehörten einer ganzen Familie. Oh, okay. Dann mussten sie nicht für jeden ein neues Grab suchen. Und nicht für jeden eine neue Höhle. Nee, das mussten sie nicht. Die haben sich eine Höhle gesucht, die gekauft, wenn die jemand gehört hatte. Und dann war das deren Grabeshöhle. Oh. Hm. Und der Mann sagte halt, 500 Silberstücke, ja. Aber was ist das zwischendurch? Komm, ich schenke sie dir. Und dann hat Abraham gesagt, ja, ich nehme sie. Hm. So ähnlich. Er hat gesagt, ja, ich nehme sie. Aber trotzdem, ich bezahle dir 500 Silberstücke. Und das hat er wirklich getan. Das hat er wirklich getan. Er hat die Höhle bezahlt und seine Frau da reingelegt. Oh. Und weißt du was? Was denn? Das war das erste Stück Land, was er in Kanaan hatte. Oh. Hm. Gott hat ja ihm gesagt, geh hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott hat ihm versprochen, ich werde dich, aus deinem Geschlecht werden ganz, ein großes Volk entstehen. So viele, dass, so viele wie die Sterne und so viele wie Sand am Meer, die kann keiner zählen. Und dann, oh, stimmt, das waren ja so viele. Das war eine echt gute Geschichte. Hm. Könnt ihr nochmal nachlesen, erst im Mosebuch, was Gott dem Abraham da alles versprochen hatte. Aha. Hm. Und dann, äh, wo war ich jetzt? Naja, ganz viele Sterne. Äh, ach ja. Und zwar hat Gott ihm das versprochen und hat gesagt, dieses Land wird später an euch gehören. Oh. Okay. Und da, diese Grabeshöhle, das war das erste Stückchen Land, äh, was dem Abraham dann wirklich gehörte. Hey, das erste, das erste Stück Land war ein Graf? Mhm. Das erste Stück Land war ein Graf. Oh nein. Mhm. Das tat er lustig. Ja, lustig und traurig gleichzeitig. Ja, stimmt. Ist nicht gut, wenn, ja, stirbt. Dann hat jetzt der Isaac ganz allein. Wie ganz allein? Ja, die haben wir sehr tot. Ja, aber der Papa war ja noch da. Ach ja. Der Abraham, der lebt ja noch. Stimmt. Ha, gut. Dann hat der Isaac nicht ganz so alleine. Mhm. Und weißt du was? Was? Jetzt haben wir ja bald Weihnachten. Okay. Und weißt du was? Weihnachten? Was war da passiert? Da ist Jesus auf die Erde gekommen. Mhm. In einem kleinen Stall. Richtig. Die Geschichte werden wir euch auch nochmal erzählen, aber nicht heute. Ah, okay. Und was wolltest du noch sagen? Hm. Was wollte ich sagen? Hast du es schon wieder vergessen? Ah ja. So wie Abraham damals. Wie damals? Was war er damals? Weißt du nicht? Ja, der hatte ja kein Land, kein Zuhause, kein richtiges. Ist immer hin und her gezogen. Okay. So sind wir Menschen auch, wenn wir Jesus noch nicht kennen. Wie? Den wir Jesus nicht kennen? Mhm. Jeder Mensch, der Jesus noch nicht kennt, auch wenn er ein Haus gekauft hat und gebaut hat und dann so lebt, ist er wie so ein heimatloser Mann, wie Abraham, der hin und her zog von einem Ort an den anderen. Wie denn das? Naja, wir suchen etwas. Auch wenn wir viel haben. Ein Haus, ein Auto, ganz viel Spielzeug, die schönsten Kleider, ein super tolles Auto. Ah ja, ein Ferrari. Also wenn wir das haben, jeder Mensch, der sehr viel hat, der wird auch irgendwann merken, was ich habe, das reicht mir nicht. Wie, das reicht Ihnen nicht? Ja, was ich habe, das reicht mir nicht. Das ist nicht genug. Ihr sagt, noch neue Autos, noch ihr Spielzeug. Hm, nein. Wieso, was dann? Ja, jeder merkt dann in seinem Herzen, das, was ich habe, das füllt die Leere in meinem Herzen nicht aus. Okay. Und viele Menschen suchen in anderen Religionen oder kaufen sich viele Sachen und trotzdem bleibt das, ihr Herz leer. Und nein. Und deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist ja gekommen, um Menschen zu retten und zu suchen, wer verloren ist. Aha. Ja. Und das hat das mit der Dunkelheit zu tun und der leeren Herzen? Ja. Jesus möchte die Leere in meinem Herzen, in unseren Herzen, auch in euren Herzen, liebe Kinder, die möchte er ausfüllen und möchte euch wirklich Hoffnung geben und Freude und Friede. Ja. 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 Dann kann man nämlich, egal was passiert, egal wie gut oder schlecht es einem geht, weiß man immer, Jesus hilft mir, Jesus ist da und auf ihn kann ich vertrauen. Und das hat Jesus an Weihnachten getan? Mhm. In die Dunkelheit dieser Welt ist er gekommen, um uns das Licht zu bringen, die Hoffnung und die Liebe. Oh. Und was hat das jetzt mit Aufwand zu tun? Naja, Abraham war ja auch heimatlos. Aber Gott hat ihm versprochen, ihm und seinen Kindern eine Heimat zu geben. Und das Versprechen hat Gott später wahrgemacht. Oh nein. Wie oh nein? Oh ja. Hast du dich versprochen? Ja, passiert. Na gut. Dann war's das für heute. Was machen wir jetzt? Wie was machen wir jetzt? Machen wir die Kamera raus, oder? Okay. Und tschüss. Was machst du da? Ich versuche heute was. Aha, es hat geklappt. Also das denn, ich bin wieder dunkel. Deine Mütze ist wieder da. Aha. Okay. Tschüss. Tschüss.